Luca, dies! Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Warte, warte. Ich brauch dafür aber auch ne Gitarre dann. Du brauchst ne Gitarre? Warte. Wahnsinnig. Das ist das ein Geschenk, oder? Das ist ein Geschenk aus Russland. Ist sie nicht toll? Wahnsinn. Ja, ne? Hat leider nur noch 5 Seiten anstatt 6, weil ich die 6 schon abgespielt hab. Das ist so ein Russland. Ja, da spielt man nur 5 Seiten. Wunderschön, pass auf. Schön, oder? Ja? Ja.